Für viele ein Schreckgespenst, ein Monster. Heute die Zinsentscheidung der EZB, obwohl nichts anderes erwartet wurde, als es auch dann gekommen ist. Aber Draghi, das Monster für viele für heute, das Volatilitätsmonster, will ich sagen. Wer genau hinguckt, der stellt fest, der Kollege hier, der ist nur aus Pappe. Das ist nicht Draghi. Für diejenigen, die jetzt nicht ganz sicher waren, nein, das ist nur symbolisch gemeint. Draghi heute mit seiner Aussage, naja, ein bisschen Bewegung gab es, der Kurs schoss mal beim Euro gegen US-Dollar hier um 50 Pips nach oben. Aber das Ganze gleich wieder als Luftnummer entpuppt. Halt doch nur ein Papptiger oder ein Papptirex, wie man es auch immer sagen will. Also insofern keine große Gefahr von dieser Seite. Der Markt nicht wirklich bewegt. Insgesamt allerdings, wenn man sich das Währungspaar mal anguckt, durchaus nicht unattraktiv die Situation dort. Nämlich die Schübe sind immer noch nach unten. Und das, was wir dort an Bewegung nach oben gesehen haben, das war dann doch noch relativ korrektiv. Achten Sie mal darauf. Die Bewegung ist eigentlich, was das angeht, sehr, sehr angenehm. Also Schübe nach unten, wackelig nach oben. Das lässt vermuten, dass wir die 1.10 nochmal deutlich nach unten verlassen. Ob das wirklich passiert, das sollte natürlich der Markt dann auch erstmal beweisen, indem man mal ein letztes Zwischentief bricht. Ich gehe aber davon aus, dass die Bewegung, die sich dann anschließt, die besten Chancen hat, dynamisch sich nach unten zu entwickeln. Also nicht so unattraktiv, was wir von dort sehen. Langweiliger war es dagegen. Fast so bewegungslos wie das, was wir hier haben. Im Moment bei den amerikanischen Indizes sowohl der S&P 500 als auch der Dow nicht wirklich von Bewegung geprägt. Ein bisschen wackelt es mal hoch, es wackelt mal runter, aber nicht wirklich. Ganz starke Bewegung hier. Der DAX auch relativ harmlos unterwegs. Man wartet dort offensichtlich noch, was da passiert. Einen kleinen Rücksetzer könnte ich mir dort vorstellen. Würde ich mir sogar wünschen. Insbesondere, wenn der dann noch korrektiv wäre. Denn der hätte die besten Chancen, dass dann die Bewegung sich nochmal dynamisch nach oben fortsetzt. Wir haben ja schon mal ein paar Mal darüber gesprochen. Also wir ist gut. Ich quatsche dann immer. Fast der amerikanische Markt gute Chancen hat, nochmal einmal nach oben auszubrechen. Da sehe ich zumindest mal die Bewegungsdynamik auch jetzt noch hinlaufen. So, also viel mehr gibt es nicht zu berichten. Die Daten von heute, die sind auf vom Tisch. Also da kommen keine Informationen mehr rein. Morgen, natürlich Freitag, kommt nochmal ein bisschen was. Also da ist durchaus noch ein bisschen Restspannung diese Woche da. Bleiben Sie ruhig am Markt. Gucken Sie sich das Ganze an. Ein paar tolle Ausbruchsszenarien hatte ich ja schon mal genannt. Oder genannt ist vielleicht falsch, aber schon mal angekündigt, dass sie interessant werden. Das will ich Ihnen durchaus ans Herz legen, da mal drauf zu gucken. So, wir verlassen mal den Kollegen hier, denn der bewegt sich nicht mehr so sehr. Ich werde wieder an meinen Tisch zurückgehen, um dort auch nochmal ein bisschen heute den amerikanischen Markt mit zu feiern. Wollen wir mal gucken, dass da sich noch ein bisschen was bewegt. Wünschen wir uns allen einen erfolgreichen Tag. Wir sehen uns dann am Morgigen wieder. Bis dahin alles Gute.